aber hier schwimmen sie neben den feuer wasserteufeln nein in hand showdown mikrobino verrückte sache sein kann ja gar nicht sein wo müssen wir hin macht keinen sinn aber ich habe sehr viel brandzeug dabei und explosionszeug und ich habe ich habe ich habe ich habe alles es sind nicht alles ab und dann repariert den arm wieder dran und danke zu bütig da sind jetzt welche und nicht in wo ich bin einst bogen mann ins bogen man man hat mich auch die laura croft von luciana ach so ich dachte man sich klemmbaustein ja auch gibt es bis hin und geld 20.000 gold ab 27.000 münzes müssen weiß ich nicht sagen wundert immer wenn ich so den anderen teams reinguckt dann sind sie so bei 5.000 6.000 dollar dafür schon prestig ultimativ auf dem raben welches wie hoch bist du denn schon mit prestig ich habe noch keine zeit lang überhaupt nicht hand gespielt was in welchem hast du denn ich bin hier ist ein gutes jahr aber wann welches level die pflaster die pflaster ja du wolltest haben was hier mit dem ich hab dich gefragt ich nehme eher hello kitty auch wenn ich spinn halte ich bin kein kein spider-man-fan was es gibt keine freundlichen spinnen wir können freundlichen spielen das richtig was alle spielen wollen nicht das ist richtig danke und das sagt dass das auch ein spiel experten der die spinn nicht in einem die halt ich artgerechnet an terachem bist du ich halte im artgerechnet einem sturm ist da freuen die sich immer ein mache ich natürlich nicht mag ja auch spinnen wenn sie woanders sind nur nicht bei mir ja ich sag doch jetzt ist keine hive unterwegs ich hab diesen bogen dabei wir sehen keine hive warte 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 wir sind noch nicht richtig vorhin gekommen ich höre raben gehen auch raben leider nicht leider gar nicht hier wo gehen wir hin und wenn ich da krieg ein eis alt was er ist ein schweiz nein bald nach beiden schweiz aus vor allem ich habe mich nicht mehr ich habe 50 ich habe ich habe ich da toll legolas habe ich dir gerade zwei geschossen weiß ich nicht aber wenn ich kein abenteuer mehr leben können das stimmt drei schlechter ok also schlecht ja wohl sind die leidung die können was ich habe hier ich habe hier verbandstasche ja ich habe auch ich brauche ja dann zwei dinge da vorne ja kannst du hier legolas ja was denn da wie hunden sind am knurren hast du nicht danke ich dachte du hast ja leise halt warte ich kann mir eine heilung gönnen schon mal ein bisschen mehr als nichts cool immer noch eine heilung hier brauchst du noch was zum freischalten nee kann ich nicht weiter freischalten gar nichts nee das kann das ist zufällig weißt du das kann ich nicht freischalten aber du hast schon andere sachen bei dir freischalten kannst du nicht ja 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 aber das geht nicht ja da stand jetzt dass ich nicht ein freischalten kann ja aber du musst ja die unterschieden mussten die ganzen verschiedenen sachen dann durchgehen die von versicht die anderen deine andere waffe um da was freisch mitzuschalten oder so das meine ich müsste ich mich mal mit damit beschäftigen oh guck mal da drüben da sind Raben das kriegst du nicht die hab ich auch gesehen guck doch guck doch jetzt sind wir schon zwei drei orte abgeklappert und immer noch keiner heilt ich hab doch gesagt die kommen diesmal nicht ich hab gesagt letzte runde waren die dabei jetzt sind keine ja die waren auch an ganz anderen ecke der welt ja in Louis Vuitton voll voll das ist ein das ist ein Stachieter boah nee habt ihr mal recht komm ok ich guck was hier oben ist alter hallo hallo wenn du sehen würdest was hier oben ist was ist denn da oben ein tisch boah geil geil das ist ein tisch das ist einfach nichts ich hab mich nochmal kurz hoch weil der hat mir sehr viel Lebensenergie geklaut mit Stachelmann oh die sind gerade im Bus dran die müssen rein stürmen Hinten Hinten Attacke Hinten 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 Siegesgeroll Geheilig sei die magische Miesmuschel richtig Hinten 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 Also die sind auch alte ich bin auch alt ich bin auch alt ich bin auch alt ich bin auch alt leola ich bin zu echt auf dem anderen stand los geht's kämpfen wir haben schon lange genug geschlumbert geschlumbert ich hab die wissen nicht dafür kommen Nee, nee, ich glaube nicht auch. Ja, wir kommen angeschlichen. Ja, ich... Da steht einer mit am Feld. Da! Hatten wir mit. Einer down. Der ruhig. Ich komme mich in den Dings. Ich muss das down. Ich muss das down. Hier um die Ecke. Ich muss mich kurz heilen. Ja, ich muss mich auch kurz heilen. Ich muss mich sogar ein bisschen mehr heilen. Ich habe durch ein Holz mein Schott verteilt. Ich versuche mein Glück. Danke. Hm? Wo ist jetzt der Rest hier? Wieder jemand down. Ist hier um einer am Dank auf? Hier ist er noch. Ja. Ich habe nicht getroffen. Ich auch nicht. Aber der ist down. Voll. Das ist immer. Das ist immer. Das ist immer drumherum. Der hat noch jemand getroffen. Ich glaube, die haben beim Boss Dings rausgeballert, oder? Kann man jetzt sicher looten? Das ist ja cool. Hilfe. Hast du was geworfen? Nein. Hier drin liegt eine Leiche beim Dings. Beim Hinweis. Der Boss ist weiß. Hä? Hier draußen ist aber noch irgendwas. Ja, hier. Hier sind noch 105. Hinterm Zug. Habe ich. Komm mit. Habe ich. 165 ist down. Irgendwo ist da noch von einer reingerannt. Weiß nicht, ob sie noch da drin ist, oder schon dahinter gerannt ist. Hellere Jacke. Ja, ist noch da drin. Habe ich da arg getroffen. Wo ich gepinkt habe. Ich versuche näher heranzukommen. Da nochmal. Au. Da ist noch einer weiter weg. 130 Meter. Was? Mit der Wetterlie. Klar. Der kriege ich dich ja nie. Nee, das ist. Versuche irgendwie. Den einen zu. Äh. Umzuhauen. Oder zu töten. Und dann schauen. Okay. Will ich Waffen vor. Swin? Sag ich jemand beim Boss drinnen? Ja, war ja von Clear. Also da stand oben einer dran. Den habe ich auch noch einen Headshot gehen. Ich weiß halt nicht, von wo du jetzt gerade den Headshot bekommen hast. Aus der... Aus östlicher, nordöstlicher Richtung dazwischen ungefähr. Toll. Wie ich dich ja nie. 130 Meter. Er gibt immer noch Clear. Leicht. Ah? Nee, keine Schritte. Wenn sie da rumsnipern, dann werden die auch nicht versuchen, so nah ran zu kommen. Ich würde gerade gerne echt den Boss ausmachen, ne? Wo ich Sicht habe. Ich habe schon wieder eine Bornheim. Ich habe mit dem Fundsabgang Glück gehabt. Wie man es so sieht, hat es ihr auch kein Glück gebracht. Siehst du? Deswegen keine Bornheim mitten im Kinder. Genau. Kein Bornheim, mehr Bornsenf. Ja. Kenntest du nicht den Bornsenf? Was ist denn der Bornsenf? Kennst du nicht den Senf von Born? Das ist der aller, allerbesteste, allerbesteste Senf, den es gibt. Warum? Was macht denn aus? Was hat das so Gutes? Der ist so richtig senfig. Ach so, es ist senfig. Danke. Danke. Ist der besonders scharf, oder? Der will die in Düsseldorfer. Das geht aber. Das geht. Ja, mehrere. Ich nehme mir mal mittelscharfen. Der ist gut. Ich mache gerne in Düsseldorfer. Ach, schon scharf. Ich habe letzte Woche schön Rouladen, schön mit Bornsenf gemacht. Oh, Rouladen, geil. Er sagt mir jetzt aber gar nichts. Ich kenne halt hier den... Das ist auch eher so ein östliches Produkt, glaube ich. Ja, aber aus dem Osten kenne ich eher den Dingssenf. Wie heißt der nochmal hier? Den anderen. Gibt es noch mehr Senfsorten? Ich nehme halt immer nur den Bornsenf. Wenn du geboren sind. Dafür muss er geboren sein. Mit M und PF Senf. Senf. Nymph. 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 Kannst du ja dann versuchen auf dem Dach, um dir aufzuhelfen. Naja. Eigentlich müsste ich ja dann tun, oder? Ich weiß es nicht. Alter, der Ding schreit aber auch darum, als ob der... Oh, das weiß ich, warum das umschaut. Da ist jemand drin. Das ist gerade jemand drangekommen. Wie kommt man den auf das Dach hoch? Hinter dir. Durch das Fenster. Da bin ich 180 Grad hinter dir. Beim Fenster. Da sind zwei Leitern. Das war aber nicht. Das war nämlich in China. Ich weiß ja, wo zumindest da noch einer ist. Da sehe ich die jetzt außer Augen, oder hole ich dich? Die wissen ja nicht, dass ich weiter aufschiebegucke. Nochmal, zuerst. Liegt's aber auch gut hier oben, ey. Boah, die liegt aber auch wirklich sehr, sehr gut, ey. Mmm, schön. Na, nochmal ein bisschen ziehen. Sonnen-Tacken gucken, ja. Oh, 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 oh. Kassel, 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 kassel. Highlong. Okay. Das haben wir vor. Looten! Ja, aber ich denke dann... Da könnte er drin sein. Ja! Scheiße! Da ist er auch, das ist er. Das ist auch schon mal nicht. Das ist mein Killer gewesen. Das ist... Mein zweiter Killer sogar. Kommt. Okay, ist clear. Ich lasse ihn noch liegen. Da können wir hinterher nochmal, oder? Ja, ja. Ich hab den nicht gesehen. Ich sagte, er muss noch irgendwo sein. Dann geht die Tür auf den Tisch. Na komm, dann looten wir doch schon mal. Looten geht vor Bluten. Looten. Ich hab den da mit dabei, falls wir den Typen da weg springen wollen. Was machen? Ich hab keine Haftgranate. Das ist ein bisschen doof. Und die anderen hier sind schon alle gelootet? Ich hab noch nicht alle gelootet. Ich hab den hier drinnen gelootet. Den hier auf dem Platz. Die zwei dort. Und der mit der weißen Jacke. Da müssen wir noch looten. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier... Ach, da oben lag ja eigentlich auch noch einer. Da oben liegt auch noch jemand. Ah, der ist grad etwas erregt. Ich glaub, hier ist keiner mehr. Ne, ich glaub, dass der Mist. Jetzt sterben wir beim Boss. Na klar. Trossi. Kann man dich hier angucken? Hey, da hinten drin war ja auch noch jemand. Na. Ja. Mal mit dem weißen Mantel. Los, gib mir dein Loot. Gib mir Loot. Ah, 50 Gold. Hm. Hm. Ich kann den... Ich kann den Boss flashen. Vielleicht hilft es heute ja auch. Hallo. Oh ne, ins Feuer. Boah. Jawohl, ne. Ja, ich mach keinen. Das wird nur nur überhört. Ich lasse mich hin. Oh, der hat ja auch nicht so einen Trackforb. Der hat doch nicht so einen Trackforb. Ich sehe ihn aber. Okay, genau. Bluten, Aua. Bluten, Aua? Boah, wenn ihr noch mitnehmen könnt, ist das ja wirklich krass. Hier ist die Heilung. Aua. Ach nee, hier haben wir die Tür auf. Nein, wo die kann er? Wir sind alles mit, ne? Loot. Hype. Der Loot-Hype. Ja, war doch. War doch. Echt, wieder sehr erfolgreich, ey. Nicht, ja. Jetzt müssen wir dann nur noch lebendig rauskommen, nicht, dass er wieder irgendein Stinker da draußen rumhockt und der zieht sich nicht weg. Hihi, den mache ich mal weg, hi. So eine Sekunde vor Dingsbums-Headshot. Oh nein, ich blut schon. Oh nein. Bist du da was von Ratioform? Bist du da was von Ratioform? Wieso, bist du ein Zwilling? Warum? Ach so, ja. Boah. Was denn? Hallo. 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 Na, sehen Sie mich? Ich seh dich. Nein, jetzt immer noch. Nein, jetzt immer noch. Jetzt auch noch. Jetzt wieder. Jetzt. Ärger mich nicht. Hupf. Dies. Hast dir ein bisschen wehgetan. Glückwun. Das habe ich gerade nämlich gehört. Wo ist? Immer aufpassen bei Stacheldraht. Das tut nämlich immer ein bisschen weh. Kein Stacheldraht. Nee? Nee. Hallo. Hi. Cool. Willst du haben? Was denn? Was hast du denn? Ja. Au. Was soll ich mal draufschieben? Nein. Passiert nichts. Passiert nichts. Was soll denn da passieren? Man wagt mal eine halbe Stunde, bis man wieder an das Zeug kann. Was soll denn da passieren? Mach doch mal. Warte. Das mache ich gleich. Probier's gleich, wenn ich's aufgehoben hab. Wenn du drin stehst. Was? Heinz. Warte. Was? Passiert wirklich nichts. Natürlich. Noi. Noi. Alter, so viel. Was kann ich wohl nicht geh hier lang. Ich bin hinter dir. Und die ist schon eine gelootet? Also wir haben alles gelootet. Oh, fett. Fett will ich mir. Der schläft schon. Fert ist müde. Fert schlafen. Warte, ich lenk die Gegner ab. Oh, da kann ich mitmachen. Echt? Ich bin von dir mal so geflasht. Oh, flash mich noch mal. Flash. Schieß einmal. Ach, ich hab jetzt wirklich gedacht, der schießt. Ich hab mich jetzt voll erschrocken. Ey, da oben ist eine Hive. Warte. Wirst du das noch eine Hive? Sag ich doch. Warte. Nikolas. Oh, Hunde. Bims 1 Windhund. 1 Neußer Windhund. Oh ja. Ich hab jetzt wirklich... Da schmeiß ich schon das Ding. Und hab gedacht, das schießt wirklich. Ich wollte gerade schon sagen, oh, da ist noch je welche. Haben wir schon wieder so verwirrt, wie man es kann mitmachen. Ich hab noch ein... Hier sind alte. Oh, ich höre jemanden. Okay, warte. Ich guck. Alter. Ich hab eine Hive gehört. Ach so. Ich höre jemanden. Was soll ich hören? Sie haben nur eine Hive. Warte, ich ärgere... Ich ärgere Stachy. Stachy. Der kommt hier nebenan zu durch. Oh, Stachy ist tot. Warte, ich mach... Warte, ich mach eine neue Wolke. Ah, voll schön, ne? was haben wir denn fünf wilde und gehört und hat spaß gemacht die hunde es hat sehr viel spaß gemacht an dich auch als das genauso fandet dann das gerne schalt das nächste mal einfach zu an schon wieder einwälzer möchte und dann aber auch noch ein abo glückchen da lassen damit er nichts verpasst bis zum nächsten mal